Wir sind hier heute im Ostsee Resort Dam. Wir überraschen heute unsere Wunschfamilie. Wir haben einem Geschwisterkind den Wunsch erfüllt nach einem Familienurlaub und die besuchen wir heute und überraschen wir heute. Und wir müssen jetzt aber leider schnell los. Bis bald! Der Besondere an Aktion Kindertraum ist, dass Aktion Kindertraum auch Geschwisterkindern Wünsche erfüllt. Vivian ist ein Geschwisterkind. Sie ist die Schwester von Liam. Liam ist krank und der Wunsch von Vivian war, sie möchte einmal mit der Familie gemeinsam Urlaub machen. ? Ja! Bis zum nächsten Mal. Die Vivi kann endlich mal Kind sein. Seitdem Liam auf der Welt ist, war nie wirklich... Sie hat immer geholfen mit Liam und hier ist sie voll Kind. Sie machen Quatsch beim Essen, sie hat Musical mitgemacht, sie machen Quatsch beim Schwimmen. Es ist total schön. Also wir finden es echt toll, dass Aktion Kinder einen Traum gemacht hat. Wir hätten das finanziell gar nicht stemmen können. Das ist wirklich schön, macht wirklich riesen Spaß. Es macht Freude zu sehen, wie viel Dankbarkeit auch von der Familie da ist. Und an sich ist es auch keine Arbeit. Es ist eher eine Erfüllung und eine Herzensangelegenheit. Danke Twinkie und Aktion Kinder! Danke,KE Untertitelung. BR 2018